Hey Kasper, was machst du denn da? Ich mach den Schrank hier kaputt, komm, den hauen wir kaputt hier. Oh mein Gott, ich bin gerade auch dabei, dass ich den kaputt mache. Okay, das heißt toll, zerschmieren wir mit dem Kaputt-Mach-Simulator, oder was? Genau, Schulzerstörer, es wird sehr, sehr krass. Wir müssen alle möglichen Sachen zerstören, die hier rum sind. Oh Gott, mein Rucksack ist direkt voll. Guck mal, ich kann die vorne direkt verkaufen. Ja, mein ist auch gerade voll. Okay, warte mal. Ja, hier ist auch verkauft. Okay. Jetzt lassen wir noch ein bisschen mehr kaputt machen. Da können wir uns beim Shop noch Upgrades holen, habe ich eben schon gesehen. Da kannst du dir für 50 Dollar irgendwie so ein Upgrade kaufen, dann bist du stärker. Wir müssen hier alles kaputt machen und können uns sozusagen von Klassenraum zu Klassenraum vorkämpfen. Okay, ich haue auch gerade die ganze Zeit rein. Ist dein Rucksack schon voll, oder was? Ja, jetzt ist mein Rucksack schon wieder voll. So, man kriegt also jetzt mal so 20 Dollar ungefähr. Man kann, oh, für 100 Dollar können wir uns... Klassenräume und sowas freischalten. Ja, meine ich ja, für 100 Dollar. Wir brauchen auf jeden Fall eigentlich 100 Dollar, aber dann können wir uns nämlich sozusagen einen neuen Klassenraum kaufen. Ah, okay, okay, sehr gut, ne? Können wir vielleicht auch hier so ein bisschen so einen kleinen Boost holen? Ja, meinst du so eine kleine Spritze, oder was? Ja, wir können... Okay, wir können dreimal so Sachen machen. Das ist einmal 20 Minuten, mal zwei Luck, dann einmal... Dann noch so mehr Stärke und dann noch mehr Coins. Wollen wir... Was wollen wir denn machen? Was ist denn blau? Ich hole jetzt alles drei. Alles drei? Okay, warte mal. Ja, man muss ja nicht alles holen, aber ich hole jetzt trotzdem alle drei jetzt hier. Guck mal. Hier, das hier. Dann kaufe ich das hier. Komm, ich hole auch alles drei. Ja, guck mal, alle kurz hier geholt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen... Macht auch gar nichts. So, verkaufen. Das läuft doch sehr, sehr gut. Hier, und das hier will ich auch nochmal kaufen. Und muss man das jetzt irgendwie aktivieren? Ich guck auch gerade. Ich hab's jetzt gekauft, aber... Ich hab's auch gekauft, oder? Ja, hab ich. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon was bringt. Es bringt ja auch nicht unendlich... Nee, bei mir bringt es noch gar nichts. Okay, warte mal, mein Rucksack ist voll. Hä, bei mir ist das halt gar nicht aktiviert. Hä, ich hab's auch nicht aktiviert. Muss man da jetzt... Hab ich irgendwas verklickt oder so? Ich glaube, wir müssen das Spiel neu starten. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen was geupgradet. Und ich seh' grad, wir haben unten links so ein Starter-Paket, seh' ich gerade. Siehst du das auch? Ah, stimmt. Für 70... Okay, komm, das holen wir uns. Erst holen wir uns auf jeden Fall. Und dann gibt's doch direkt so ein Tier schon. Oh, das Geschenk wird aufgehört. Ein Zebra. Okay, aber das war ja klar, dass wir das bekommen. Okay, warte mal, warte mal. Also, ich werd mir jetzt hier auf jeden Fall... Wenn mein Rucksack jetzt voll ist, guck mal. Also, wir haben 10.000 Dollar. Loi, warte mal. Ich geh jetzt mal in den Shop rein. Und jetzt kaufe ich mir nämlich mal einen größeren Rucksack. Hier kann man upgraden. Ah, okay, pass auf. Ich hol mir auch mal einen ganz kurzen Rucksack. Also, warte mal. Nein, jetzt hab ich voll viel Geld ausgegeben. Das hast du gemacht. Aus Versehen voll viele Upgrades geholt. Och, Mano. Haha. Okay, warte mal. Ich kann meine Stärke auch noch verbessern. Ich glaub, ich kauf mir hier einfach nochmal den nächsten Klassenraum. So, komm. Oh mein Gott. Hab ich am Start. Jetzt hau ich hier die Sachen kaputt. Und zack. Und zack. Alter, jetzt hau ich das richtig schnell schon kaputt hier, die Sachen. Wo bist du denn? Jetzt passen schon... Hier, direkt der erste rechts bei dem einen Flur hier. Siehst du mich, hier? Andere Seite. Oh ja, ich seh dich. Ich seh dich, okay. Dann, ich kauf auch mal ganz kurz den Klassenraum. Alter, der will trainen hier. Was will der? Ja, der will auch die ganze Zeit mit trainen. Ich will aber nicht trainen. Jetzt nervt, ey. Jetzt hab ich hier so ein Anzeigefenster. So, weg damit jetzt. Also, hier. Alter, den Lehrerpult. Da mach ich einmal einen rechts, einen links. Bam, bam, bam. Zeig mal. Ist der schwer kaputt zu machen? Nö, ging voll easy. Warte mal, ich guck gerade mal. Was ist, wenn wir den ganzen kompletten Klassenraum geleert haben? Gute Frage. Ach so, die Sachen gehen auch weg, wenn du sie auch kaputt machst. Ja, ja, das ist echt gut, ne? Ja, was hast du für eine Stärke? Die steht über deinem Kopf. Sechs und fünf. Ja, ich hab sechs und fünf. Sie haben nur ein bisschen Stärke gekauft eben von den Zehntausend. Ah, okay, ja, okay. So, die Mülleimer noch einmal ganz kurz hier. Ja. Oh, haben wir noch was vergessen? Die Tafel, die Tafel fehlte. Ach, geht auch noch? Oha. Hier, und die Uhr geht, glaube ich, auch. Und die Fenster auch, oder? Ja, Uhr. Ich mach gerade die Uhr kaputt. Okay, die Fenster gehen, aber das ist das Letzte. Oh, jetzt hat er komplett leer gemacht. Okay, warte mal, verkauf mal ganz kurz. Genau, ich auch. Du siehst auch, links sind noch so Missions, ne? Alter, ich glaube, das ist gar nicht Geld. Ich kaufe mir gerade mal ein neues Ei jetzt hier für 200 Dollar. So, ich öffne jetzt mal ganz kurz. Oh, was riecht, was riecht, was riecht? Oh, ne Katze nochmal. Oh, oh. Ultra-Rare. Was? Das kann ich nicht glauben. Epic. 18-prozentige Chance. Ich hab Epic bekommen. Ich krieg direkt Ultra-Rare. Epic hab ich auch 18%. Epic hier, sehr gut. Okay, komm. Okay, warte mal, kann er locker auch bei seinen Tieren? Drei Tiere kann man, glaube ich, machen. Ja, 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 okay. Jetzt müsste ich ja... Oh mein Gott, ich hab 94 Stärke. Alter, warte mal, der will hier richtig krass traden mit mir. Wieso? Warte mal, hat der jetzt mit mir gerade getradet? Trade failed. Ah, der wollte mit mir... Alter, der hat ihm 5000 Stärke pro Sekunde gegeben. Was? Das ist er mit mir traden wollte. Oh, guck mal, warte mal, wir haben links zwei Jobs. Ja, so Missions, Missions, Missions. Also, da müssen wir auf jeden Fall so Sachen kaputt machen. Okay, ich muss hier, ja genau, ich muss die Wasserdinger kaputt machen. Ja, ich auch, ich auch, zwei Stück, zwei Stück. Hier vorne noch so ein Wasserdinger. Oh mein Gott, die kosten Klassenraum 5000 auf die Kaffetierier hier. Hm, 5000, ich sehe es gerade, Alter, das ist teuer. Hier, die Bank mag ich auch noch mal kaputt hier. Und hier auch 1000, sowas, Waschraum. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz in den Waschraum. Ich mache jetzt mal ganz kurz frei. Mach mal, hast du noch locker richtig viel bekommen oder sowas, ne? Ja, so, ja, warte mal, 1000, mal gucken. Alter, wie wir alles kaputt machen können. Ich kreiste auch hier die ganzen Toiletten. Ja, ich würde es nicht mit ihm machen, das ist nett, der lehnt das immer ab. Also, ich würde hier auf jeden Fall die Toiletten auch kaputt machen, das bringt ja richtig was. Mal meinen, ein goldenes Ding ins goldener Spiegel. Ein goldener Spiegel, da würde ich mitmachen, da würde ich mithelfen. Hier, hier, sehr gut, sehr gut. Ja, aber was für abgesahnt, so, guck mal, jetzt war ich auch gerade noch ein bisschen kaputt. Okay, okay, hier, du musst die Toiletten kaputt machen, ich sag dir, das lohnt sich. Ja, ich mache, okay, ich guck mal bei den Toiletten. Glaubst du, lohnt sich ehrlich? Ja, das lohnt sich, ich muss schon ein paar Mal klicken. Ja, stimmt, doch, hast schon recht, hast schon recht, okay. So, jetzt diesen hier, so. Ich brauche jedenfalls noch ein bisschen mehr Stärke, sehe ich gerade. Ich auch, ich muss auf jeden Fall wieder ein bisschen was verkaufen gleich. Ja, ja, ja. Und es gilt halt auch, ah, okay, wir müssen, du kannst halt auch für 4000 dir so ein Legendary-Eye kaufen, ne? Das wäre auch krass, glaube ich. Oha, warte mal, ich gehe jetzt mal verkaufen, jetzt kaufe... Oh, ich habe 20.000. Ich habe 7.000, glaube ich. Ich kaufe jetzt für 5000 so ein Ei. Bitte, bitte was Heftiges. Stärke, ich kaufe. Boah, auch nöhn Schwein. Ich mache und diesmal bitte was zeltenes, bitte. Ich öffne auch mal. Bitte, bitte was Heftiges. Nohne Ratte. Ey, ich habe nur doof bekommen, ich habe die zwei schlechtesten bekommen, ey. Das kann ich angehen. Monkey. Ah, den habe ich auch, den habe ich auch, okay. Wie viel Geld hast du denn da, sag mal, wie aufkaufst du dir da? Jetzt habe ich keins mehr. Okay, ich habe auch 50 Dollar. Ich gucke mal ganz kurz. Also, welche sind denn besser? Zebra? Alter, jetzt geht es richtig schnell, die Sachen hier kaputt zu machen, lol. Okay, hier das noch, sehr schön. Okay, hier ist die besten Sachen gequippt. Also, ich muss... Oh, der Klassenraum, du kannst die wieder neu kaputt machen. Sehr gut. Ehrlich? Aber guck mal, der kostet ja nur 100 Dollar, kriegt man ja kaum was. Kriegt man kaum was. Ich gehe jetzt mal in die Cafeteria. Kostet 5000 Dollar. Hast du dafür genug Geld für die Cafeteria? Ja. Hast du dir Geld gekauft für Robert? Nee, nee, ich habe gerade eben 20.000 bekommen. Wofür das denn? Ich habe alles kaputt gemacht hier. Was? Oh mein Gott, okay. Also, das ist auf jeden Fall, ähm... Das dauert ein bisschen, bis die Dinger hier kaputt gehen. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Stärke gleich kaufen. So, zack. Ach, lol, die Monkeys, hä? Warte mal, das glaube ich jetzt nicht. So, was hast du? Lol, du kannst mehrere Sachen gleichzeitig kaputt machen. Du musst da nur draufklicken. Deine Tiere machen das für dich kaputt. Alter, ich sehe es gerade. Oh mein Gott, wir sind ja mal mega lost. Alter, jetzt kann man ja viel krasser collecten. Und auch viel schneller. Alter. Hier, den schicke ich da drauf. Oh mein Gott, den schicke ich auch da drauf. Ey, die machen ja voll schnell kaputt. Das geht richtig, richtig schnell. Ach man, lol. Hier, die Bänke. Alter, jetzt ist ja richtig krass. Oh mein Gott, jetzt ist ja übertrieben heftig. Ja, und die auch, sehr schön. Okay, ich muss verkaufen. Ich habe... Boah, okay, pass auf. Ich mache jetzt noch ein bisschen mehr Stärke jetzt hier. So, zack. Hä, jetzt machen die... Ach, da muss man zusammen wieder machen, oder was? Anscheinend, okay. So, okay, ich muss jetzt... Okay, ich glaube, Cafeteria war schon nicht schlecht. Ey, das ist doch richtig krass. Wie viel Geld hast du jetzt gerade? Äh, 3000. 3000, immer noch. Krass, okay, das ist schon heftig. So, jetzt mache ich mal die komplette Cafeteria kaputt hier. So. Hier, den Müll, den machen wir mal kaputt hier. Oh Gott, wir hauen jetzt alle auf diesen Tisch. Ich sage dir, ich sage dir richtig, richtig krass hier. Alter. So, und ich verkaufe jetzt mal hier. Und zack, verkaufen. Ey, hier ist auch jemand drin. Der haut, äh, der klaut mir die Tische. Ich glaube, ich kaufe mir hier nochmal ein Upgrade. So. Was, mein Rucksack ist schon wieder voll? Voll? Ja. Wie hast du den denn so schnell voll bekommen? Hier, Cafeteria. Ähm. Geh, warte mal, ich kaufe erst mal ganz kurz ein paar Eier. Ich möchte jetzt die heftigsten Tiere haben. Was kostet denn, was kostet die Cafeteria? Oh ja, Monkey. Kostet die 5000 oder wie teuer ist die? Ja, die kostet 5000 Dollar. Okay, okay, gut zu wissen. Das habe ich, sehr schön. Ach man, ich kicke nur doofe Sachen in den Eiern drin. Zwei Bänke machen wir, mache ich auch kurzfällig. Komm schon. Hier habe ich noch zwei Toiletten. Ich habe vielleicht die doofen Tiere bekommen. Ja, okay, jetzt müssen wir hier. Das goldene Waschbecken, lol. Okay, sehr gut. Dann schicke ich hier die drei Jungen drauf. Ich kann alle Tiere kombinieren. Was, wie geht denn das? Kannst du die doch so leveln, up-leveln oder was? So verbessern? Ach gut. Ach nee, man braucht dafür fünf Stück von einem Tier. Ah, okay, das ist gut. Ey, der hat so einen goldenen Tiger. Ich will den auch. Ich habe einen Fuchs. Was ist, ist das rare oder was ist das für einer? Ich glaube, der ist rare, ja. Okay, gut zu wissen. Hier, das goldene Ding und zack, bam, sehr schön. Okay, okay, okay. Dann ich muss jetzt hier, glaube ich, zur Cafeteria oder sowas gehen. 50 Schaden mache ich pro Dings jetzt schon, ne? 50. Also ich habe 100 Stärke, aber ich meine, so 50 kriegen die abgezogen. Richtig krass. Okay, das ist natürlich schon ordentlich jetzt gerade. Ich komme hier in den Waschraum, ein bisschen aufmöbeln. Nee, da ist schon jemand. Ach, das ist du. Aber nicht, sag mal, was willst du? Das ist hier mein Geschäft gerade. Boah, Cafeteria ist gerade wieder alles nachgedingend, ist nachgespawnt. Ja, ich muss mir die auch gleich mal kaufen, die Cafeteria. Und schnell ist das voll das krasse Ding. Das ist übertrieben heftig. Okay, warte mal. Wir machen auch gerade hier diese Dinger kaputt. Okay, komm. Warte mal, was haben wir denn? Oh mein Gott, ich muss gleich meinen Rucksack upgraden, ne? Ich habe nämlich, der ist so schnell voll. Ich habe 26.000. Wo ist denn die Cafeteria? So, alle auf das hier. Und zack, und zack, und zack. Wir können ja noch einen krasseren Raum kaufen als die Cafeteria. Oh mein Gott, wenn ich 65 Items collected habe, kriege ich 16.000 Dollar. Was? Als Aufgabe. Das ist krass. Das ist krass. Hier, wie lange braucht das hier? Alter, das braucht jetzt ja mal mega lang, bis der das kaputt gemacht hat hier. Ja, ja. Aber ich kann auch eine Stärke mega krass lang, mega schnell jetzt upgraden gleich. So, ich habe jetzt... 22.000, ne? Wollen wir eine Stärke noch ein bisschen besser machen? Boah, die nächste kostet 32.000 für die Stärke. Ich kaufe nochmal ganz kurz ein Ei. Vielleicht habe ich nochmal ein bisschen Glück jetzt hier. Ja, ja. Bitte. Och, nur eine Ratte. Ja, weil du eine Ratte bist. Deswegen. Gar nix. Natürlich. Noch ein Fuchs dafür, dass du zu mir warst. Ich verkaufe nochmal. Und jetzt habe ich 31.000 und jetzt komme ich mir nochmal die Stärke. 32.000 kostet die nächste Stärke. Ja, ja, das ist richtig teuer. Ich sage dir. So, komm, Ei. Und... Bitte was hältst, bitte was hältst, bitte was hältst, bitte was hältst. Und... Och, eine Ratte. Ich hau dir jetzt gerade auf jedes mögliche Ding hier rauf, dass sie alles collecten, dass ich gleich 65 Items collectet habe. Das ist voll schlau von mir. Hm, sehr gut. Okay, und das Schwein. Ach, Mann, oh. Oh mein Gott, ich collecte gerade so viele Items, ne? Ich kriege gleich 16.000 Dollar geschenkt. Okay, warte mal. Ich mache jetzt, glaube ich, nochmal ganz kurz hier die Sachen kaputt. So, und dass ich mir nochmal ein Ei kaufen kann. Das wäre sehr gut. Ja, ich gehe jetzt in die Cafeteria. Ich mache jetzt hier schon mal ein bisschen was. Hm, ich bin ja auch gerade in der Cafeteria. Willst du mir ja abgucken, oder was? Ne, ne. Wie? Bist du ehrlich? Stimmt. Ich bin schon voll lange in der Cafeteria. Ja, so. Okay, tut mir leid. Ich wollte es ja nur mal sagen. Ne, du kriegst es anscheinend nicht mal mit hier. Ja, oh, ich habe 16.000 Dollar bekommen. Oh mein Gott. Oha. Alle kombinieren? Geht das? Ne, du brauchst von Dingern fünf Stück. Ich werde jetzt mal, pass auf, ich werde jetzt mal ein bisschen ein Eye-Opening machen. Ja, habe ich auch gerade gesagt. So, hier. Können wir uns auch drei auf einmal kaufen? Ratte. Ja, kommt unten auch. Ja, Ratte. Ne, das kostet 500 Robux, wenn man alle auf einmal holt. Ah, okay, okay. Warte mal, ich kann das Ratte kombinieren. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt hier auf meine Tiere gehe. Alter, ruhig, wenn ich die Sachen jetzt kaputt mache hier. Ich habe jetzt eine Shiny-Ratte, aber die ist voll schlecht. Alter, die machen jetzt meine ganzen Dinger, machen jetzt schon alleine komplett alles richtig schnell kaputt. Ja, ich sag's doch. Und dafür gab es 1400 Dollar, gab es dafür schon direkt. Warte mal, für 500... Oh mein Gott, das ist auch ein Ei für 400 Robux. Wie? Oh mein Gott, kauf dir das mal. Kauf dir das mal. Okay, ich kauf mir das jetzt mal. Für 400 Robux ist Ei. Das ist... Oh mein Gott, was ist denn das? Ich verkaufe hier nochmal kurz. Oh mein Gott, ein Frostburn-Ei. Was? Wie fast bringt der? Wie viel Multiplier hat der? Alter. Zeig mal. Oh mein Gott. Wie sieht der aus? Oh mein Gott. Wieso? Ich sehe den gar nicht. Pass auf, guck jetzt mal auf meine Stärke. Drei, zwei, eins. Wow! 40 Millionen! Alter! Alter, okay, das ist krank. Das ist richtig krank. Das ist ein unnormales Ei jetzt hier. Okay, komm, Broxo. Ich würde sagen, du hast hier auf jeden Fall das krasseste Tier jetzt am Start. Ja. Und kannst du die konkrete Schule in alle Einzelteile zerlegen. Guck mal, ich kann wirklich alles hier kaputt machen mit einem Schlag. Ja. Um Gottes willen. Also, da packe ich ein, Broxo. Ich gehe nach Hause. Wir haben hier genug Schaden gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Gaspar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Lauf, Möckern. Beeil dich. Lauf ganz schnell. Ich bin hinter dir. Wow. Jetzt kannst du... Oh mein Gott. Drück mal C. Ja. Das ist ein Trick. Guck. Ich sehe es auch gerade. Okay, wir müssen jetzt hier vibrieren. Warte mal. Wir müssen uns, glaube ich, verstecken. Weil jemand hat jetzt gleich ganz riesige Hände. Was? Ja, ja, komm, komm, komm. Lass uns hier irgendwie... Okay, ich bin da, ich bin da. Lass dir ins Haus reingehen. Können wir in die höhere Etage? Gut, oder? Oder hier hinter? Ja, aber ich glaube, da wird dann... Ja, warte, wir können hier auch auf die Etagen gehen. Und uns hinter Sachen verstecken. Oder wir gehen nach ganz oben. Am auffälligsten ist das unauffälligste. Wir gehen nach ganz oben. Das wäre richtig gut, ne? Oha, wie groß ist das? Okay, ich bin direkt hinter dir. Warte, lass dir warten. Okay. Und jetzt? Okay, und wo ist der jetzt? Ich glaube... Da! Guck mal. Wo? Da unten. Wow. Er macht die ganzen Häuser kaputt. Was? Er macht echt alles kaputt. Guck mal, er hat richtig große Hände. Oh. Oh Gott. Oh, oh. Denkst du, der kann das Haus hier zum Einschützen bringen? Unser Haus? Also, ich glaube ja, aber er wird niemals hier hochkommen. Das glaube ich auch nicht. Der kann alles probieren, was er möchte, aber uns wird er nicht bekommen. Aber das eine Haus, das grüne da vorne, hat er direkt kaputt gemacht, ne? Ich sehe es gerade, ne? Was ist, wenn wir... Können wir auf das andere Haus da vorne springen? Das heißt, wenn ich jetzt hier bin... Leon, das schaffen wir nicht. Leo. Wow. Es bebt. Es bebt. Oh mein Gott, siehst du ihn? Ja, das rote Haus. Er macht gerade... Alter, er macht gerade... Das rote... Du bist auf dem gelben, ne? Ich bin doch hier oben. Ja, hallo. Ich bin auf dem grünen. Und ich sehe ihn gerade, er hat das komplette rote Haus kaputt gemacht. Bro, guck mal da hinten, das Haus. Oh, 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 Leon. Er sieht dich, er sieht dich, er sieht dich. Oh mein Gott. Du bist weg. Er geht auf Lila. Oh mein Gott. Komm wieder. Oh, 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 oh. Er ist bei dir. Wo? Wo? Leon, lauf, lauf, lauf. Du musst wieder versuchen, zu mir zu kommen. Oh mein Gott. Ich komme zu dir, Möcker, und Alter, das war gerade so knapp, ne? Das ist das einzige Haus, das er gerade in Ruhe lässt. Nein. Er ist da. Er hat mich gesehen. Er sieht dich. Er hat mich gesehen. Er hat mich. Oh, er hat mich. Oh nein. Ey, er hat mich geholt. Ich kann erst mal kurz hier am Rad drehen, Leute. Während Möcker gerade probieren, er muss noch zu überleben, kann ich jetzt hier am Rad drehen und bekomme einfach... Was hast du? Niemals. 5.000 Dollar. Ich weiß... Was? Ich weiß gar nicht, was es bringt, aber... Ja, und ich überlebe es. Ich würde dir gerne zugucken können, aber es geht nicht. Komm, ich werfe diesen richtig großen Ball zu dir. Ich probiere ihn mal hier rüber zu werfen, Leute. Okay, es geht nicht. Drei, zwei, eins. Oh mein Gott, ich habe es überlebt. Möcker hat einfach überlebt, Leute, als Einziger, ne? Bei einem Wind kriegt nur 1.000 Dollar und du hast gerade 5.000 bekommen. Du kannst auch am Rad drehen, dann kriegst du auch was richtig Cooles, ne? Ich drehe auch am Rad. Ey, Leute, das ist ja so krass. Ich würde sagen, wir müssen es hier gleich wieder überleben. Macht euch gefasst. Ah, ha, 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 ha. Ich bin der Händemann. Guck mal, was ich machen kann, Leute. Äh, Leon, du weißt, wir sind gute Freunde und ich mich nicht fange, ja? Lass mich raus, ich bin hier eingesperrt. Lass mich raus. Okay. Ha, ha, da ist ja einer. Hallöchen. Bro, die verstecken sich alle. Boah. Alter, das ist ja laut. Wow. Hä? Hast du einen gekillt? Hä? Der hat gefühlt in mich... Du hast einen besiegt. Der hat mich reingelaufen. Das ist einfach... Warte, kann ich alles kaputt machen? Oh mein Gott, Leute. Boom. Boom. Guck mal, ich kann alles kaputt machen. Oh mein Gott. Guck mal, die ganze Turnhalle. Also, ich kann sogar... Ich kann sogar fliegen. Also, ich hör dich nicht mal so weit weg bist du. Hä? Ich kann hier einfach fliegen. Was? Ja? Boom. Jetzt wird alles kaputt gemacht hier. Lass den Eingang in der Schule heilen. Ha, 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 ha. So, Vulkan. Wo bist denn du hier versteckt, ne? Guck mal doch mal. Äh, ähm. Äh, oh, oh, ich sehe gerade was. Äh, gar nirgendwo. Ich bin schon gefunden. Du bist schon gefunden? Ja. Oh Gott, ich sehe dich doch da hinten. Nein. Ich sehe dich doch da hinten. Siehst du nicht. Guck mal, ich wache hier ein bisschen... Zack. Zack. Du musst hier alles ein bisschen... Das Dach wird sich kaputt machen. Wo bist du? Ich bearbeite gerade die Schule. Wo bist denn du? Ja, da hinten beim Eingang, wo du bist, bin ich nicht. Oh mein Gott, es gibt noch eine untere Etage. Wie? Okay. Jetzt muss ich hier erstmal abchecken, Leute. Jetzt muss ich hier erstmal einmal alles... Also, ich wäre ja dafür, wenn du mich nicht findest, dass ich 100 Robots pro nicht finden bekomme. Ja, okay. Okay, das finde ich fair. Und wenn du mich findest... Bist du auf der Toilette? Nee. Ha. Bist du dir sicher? Ja. Hä, wo bist denn du? Vor allem, ich gucke dir gerade alles an hier auf der Schule. Ich hab nur 30 Sekunden Zeit. Wo sind die alle hin? Oh mein Gott. Hä? Alter Schwede. Wo seid denn die alle? In den letzten 10 Sekunden... Komm, bei den letzten 10 Sekunden zeig ich dir mein Versteck. Einfach, damit du es weißt, okay? Okay. Ähm... Okay, weil ich bin... Du kannst einmal zu den Toiletten kommen. Nein. Wo sind denn die? Guck, guck dich mal ordentlich um. Über mir? Na, nee. Runter, runter, runter. Hä? Hahaha. Gut weggekommen. Was? Komm her. Ja, Alter. Nein. Ey, Leute, das ist gar nicht so einfach gewesen, ne? Das war echt nicht so einfach. Okay, komm, wir gehen immer in die nächste Runde rein. Oh, okay, okay. Wo sind wir denn jetzt? Gerade eben, hatte ich doch die Hand. Und jetzt sind wir hier irgendwo... Alter, wie sollen wir eine waspische überleben, Mirkan? Hier, hier. Glaubst du, da kann man sich... Oh, nee. Oh, mein Gott. Yo. Und wir können hier hoch. Als ob das Häuser sind. Alter, das sind einfach Labyrinthäuser. Guck mal, das ist eine Brücke. Okay, von wo kommt der? Ich würde sagen, wir müssen einfach hier... Komm mit, komm mit. Wir können, glaube ich, noch höher gehen. Wo bist du? Ich bin weitergelaufen. Ich komm. Oh, nein. Jetzt sind wir hier zu dritt, oder? Oh, Gott. Oh, oh. Ich bin rausgefallen. Oh, oh. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Er macht... Oh, oh, nein. Ich bin auch rausgefallen. Wo bist du? Mein Gott, ist er wieder. Komm, komm, komm. Lauf. Bleib hier, bleib hier. Okay, ja. Ich bin hier. Oh, Gott. Aber lass mal... Alter. Du wurdest... Leon. Du wurdest gerade gesichtet, Mirkan. Nein. Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Vielleicht geht... Geht der einfach... Nein. Irgendwer trollt. Nein. 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 Als ob du wegkommst. Oh, mein Gott. 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 Dass du da weggekommen bist. Alter. Das müsstest du gerade sehen, Mirkan. Was? Ha. Er ist rausgegangen, weil ich mich so gut versteckt habe, Leute. Oh, mein Gott. Gar keine Chance hatte der einfach gerade. Ich habe... Alter, das war gerade so knapp, Leute. Ich habe schon alles mögliche vor mir gesehen, aber... Damit habe ich nicht gerechnet, dass der einfach rausgeht. So. Ich werde diesmal eine Challenge machen. Und zwar muss ich jetzt die ganze Zeit als Schlange unterwegs sein, Leute. Und Mirkan, du bist der Handtyp, oder? Kann das sein? Ich bin der Sucher. Tja, ich bin hier einfach als Schlange unterwegs, ne? So, Leute. So, ich komme. Nein, nein, nein. Noch zehn Sekunden habe ich Zeit hier. Ich suche mir das absolut beste Versteck, ne? Dass du absolut mich niemals finden wirst. Also, ich sage... Oh, mein Gott. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh, mein Gott. Ich bin du... Das Ding ist... Alter, ein Hochhaus. Ja. Kann ich das Hochhaus nicht einfach zerstören? Dann fällt alles ineinander. Ja, wenn du es schaffst. Na klar schaffe ich das. Also, ich bin auf jeden Fall gerade extrem gut gedingend, ne? Gut was? Gut versteckt. Ja, ich gehe vielleicht doch mal lieber rein. Nein. Es wird lange dauern, wenn ich... Ich sehe es gerade. Oh, Gott. Ich sehe es gerade. Da bist du ja mit deiner Hand. Du musst noch höher gehen. Ganz oben. Du hast ja auch mal Prioritäten. Einsetzen. Ganz oben ist auf jeden Fall immer das Wichtigste. Alter. Wie man alles kaputt machen kann. Ja, man. Alles komplett, Alter. Und das ist ja echt voll schwer. Ja, es ist extrem schwer. Also, bei mir hat es noch nicht mal gebebt. Oh, mein Gott. Ich weiß, wie ihr seid. Hä, wieso? Wenn ich meine Ohren aktiviert habe. Hä? Nein. Oh. Hey. Bro, ich habe dich nicht mehr gesehen, ne? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh. So. Endlich bin ich wieder das Ding. Alter. Das ist ja voll schwierig hier. Ey, die Karte ist richtig groß, ne? Bam. Komm her. Da ist schon das erste Opfer. Da. Siehst du das riesen Lebkuchenschlosshaus? Ja. Da ist jemand unten drin. Läuft draußen. Ehrlich? Wo denn? Da läuft er erst draußen vor der Tür. Vor der Tür. Wo denn? Oh, er läuft rein. Wo denn? Ja, so ein Lebkuchenschloss mit einem Turm. Du willst doch nur die Zeit verschwenden, willst du hier. Nein, wirklich, wirklich leer. Ich werde dich niemals anlügen. Okay, ich mache gerade alles. Alter, das Ding ist ja wirklich steinhart. Das geht ja gar nicht kaputt. Ich kann es richtig durchboxen. Ja, das Ding ist... So, ich habe ihn. Ja. So, du hast ihn ja anscheinend gesehen. Das heißt, du musst hier irgendwo in der Nähe sein. Ich bin sehr weit weg. Sehr weit weg. Sehr weit weg? Okay. Dann mache ich mein ganzes Alter weiter kaputt. Wenn du sagst, du bist sehr weit weg und du konntest es sehen. Nee. Da. Da. Na? Also, bei mir bebt es nicht mal so weit weg bis zu. Bei dir bebt es nicht mal. Nee. Da ist doch jemand. Ja. Oh, oh. Sehe ich noch, wie viele... Oh, wah. Hä? Du hast ihn zerschmacht. Ja, ja. Ich habe ihn kurz aufge... Mit meinen riesen Händen... Aufgegessen? ...habe ich den gerade kaputt gehauen. Okay, ich observiere gerade die Karte. Leon, es gibt ein Oben. Und ein Unten, ne? Aber ist das Problem es? Alter, wie krass das aussieht. Oh mein Gott. Okay, also, ich will jetzt sagen oder so, ne? Aber ich habe jetzt gerade schon ganz schön viele geholt. Bist du hier in so einem Turm drin? Also, du siehst ja die Häuser und du siehst auch so einen riesen Schneeberg oder was es auch ist, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich bin genau... Ja, egal, egal. Gegenüber ein Ding wollte ich gerade sagen. Aber, oh nein, aua, aua. Gegenüber? Ja. Booten, also, ich habe hier gerade alles kaputt, aber ich sehe dich nicht. Ja, äh, alles gut. Der arme Berg, was hast du mit dem Berg gemacht? Okay, warte mal. Dann bist du doch hier wahrscheinlich irgendwo, irgendwo drin. Also, du warst eben gerade schon sehr heiß. Ja, ich probiere jetzt gerade. Hey, aua. Zieh auf den Baum drauf. Du mein Lollipop? Als ob ich so gut im Verstecken bin. Äh, bin, ja. Ich suche dich gerade, aber hier hinter vielleicht? Hey, ich... Hey, komm, hab ich mir hier Tipps nicht gegeben. Hey. Lauf, du kleiner Zwerg. Ich bin schon, ich bin schon down, glaube ich. Warum schmeißt du mich so, Leon? Tschüss. Hä? Hey. Hä? Wo bist du? Nein. Nein. Ja. Nein. Ey, das waren doch zwei am Leben? Ja, das waren doch zwei. Ich wusste aber nicht, wo die waren. Ey, was? Wo waren die denn? Ey, was? Ey, Kasper, was machst du denn da? Ich mach den Schrank hier kaputt. Komm, den hauen wir kaputt hier. Ich bin gerade auch dabei, dass ich den kaputt mache. Boah. Das heißt toll, jetzt spielen wir ja mit dem Kaputtmach-Simulator, oder was? Genau, Schulzerstörer. Es wird sehr, sehr krass. Wir müssen alle möglichen Sachen zerstören, die hier rum sind. Oh Gott, mein Rucksack ist direkt voll. Guck mal, ich kann die vorne direkt verkaufen. Ja, mein ist auch gerade voll. Okay, warte mal. Okay. Ja, hier ist auch verkauft. Okay. Jetzt lassen wir noch ein bisschen mehr kaputt machen. Da können wir uns beim Shop noch Upgrades holen, habe ich eben schon gesehen. Da kannst du dir für 50 Dollar irgendwie so ein Upgrade kaufen, dann bist du stärker. Ja. Wir müssen hier alles kaputt machen und können uns sozusagen von Klassenraum zu Klassenraum vorkämpfen. Okay, ich schaue auch gerade die ganze Zeit rein. Bam, 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 bam. Ist dein Rucksack schon voll, oder was? Ja, jetzt ist mein Rucksack schon wieder voll. Okay, okay. Oh, man kriegt also jetzt mal so 20 Dollar ungefähr. Man kann... Genau. Für 100 Dollar können wir uns... Klassenräume und sowas freischalten. Ja, meine ich ja. Für 100 Dollar. Also wir brauchen auf jeden Fall eigentlich 100 Dollar, aber dann können wir uns nämlich sozusagen einen neuen Klassenraum kaufen. Ah, okay, okay, sehr gut, ne? Können wir vielleicht auch hier so ein bisschen so einen kleinen Boost holen? Ja, meinst du so eine kleine Spritze, oder was? Ja, wir können... Okay, wir können dreimal so Sachen machen. Das ist einmal 20 Minuten, mal zwei Luck, dann einmal... Dann noch so mehr Stärke und dann noch mehr Coins. Wollen wir... Was wollen wir denn machen? Was ist denn blau? Ich hole jetzt alles drei. Alles drei? Okay, warte mal. Ja, man muss ja nicht alles holen, aber ich hole jetzt trotzdem alle drei jetzt hier. Ich gucke mal hier, das hier. Dann kaufe ich das hier. Ja, guck mal, ich hole auch alles drei. Ja, guck mal, alle kurz hier geholt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen... Macht auch gar nichts, so. Verkaufen? Ja, das läuft doch sehr, sehr gut. Hier, und das hier will ich auch nochmal kaufen. Und muss man das jetzt irgendwie aktivieren? Ich gucke auch gerade. Ich habe es jetzt gekauft, aber... Ich habe es auch gekauft, oder? Ja, habe ich. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon was bringt. Es bringt ja auch nicht unendlich... Ne, bei mir bringt es noch gar nichts. Okay, warte mal, mein Rucksack ist voll. Hä, bei mir ist das halt gar nicht aktiviert. Hä, ich habe es auch nicht aktiviert. Jetzt muss man da jetzt... Habe ich irgendwas verklickt oder so? Ich glaube, wir müssen das Spiel neu starten. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen was geupgradet. Und ich sehe gerade, wir haben unten links... Ich hoffe auch, ich hoffe auch. Wir haben unten links so ein Starter-Paket sehe ich gerade. Siehst du das auch? Ah, stimmt. Für 70. Okay, komm, das holen wir uns. Das holen wir uns auf jeden Fall. Und dann gibt es doch direkt so ein Tier schon. Oh, das Geschenk wird aufgehört. Ein Zebra. Okay, aber das war ja klar, dass wir das bekommen. Okay, warte mal, warte mal. Also, ich werde mir jetzt hier auf jeden Fall... Weil mein Rucksack jetzt voll ist, guck mal. Alter, wir haben 10.000 Dollar. Läu, warte mal. Ich gehe jetzt mal in den Shop rein. Und jetzt kaufe ich mir nämlich mal einen größeren Rucksack. Hier kann man upgraden. Nein. Okay, pass auf. Ich hole mal ganz kurz einen größeren Rucksack. Also. Nein! Jetzt habe ich voll viel Geld ausgegeben. Das hast du gemacht. Aus Versehen voll viele Upgrades geholt. Och, Mano. Haha. Okay, warte mal. Ich kann meine Stärke auch noch verbessern. Ich glaube, ich kaufe mir hier einfach nochmal den nächsten Klassenraum. So, komm. Oh mein Gott. Habe ich am Start. Jetzt haue ich hier die Sachen kaputt. Und zack. Und zack. Alter, jetzt haue ich das richtig schnell schon kaputt hier, die Sachen. Wo bist du denn? Jetzt passen schon... Hier, direkt der erste rechts bei dem einen Flur hier. Siehst du mich hier? Äh... Andere Seite. Oh ja, okay. Ich sehe dich, ich sehe dich, okay. Dann, ich kaufe auch mal ganz kurz den Klassenraum. Alter, der will trainen hier. Ja, was will der? Ja, der will auch die ganze Zeit mit trainen. Ich will aber nicht trainen. Jetzt nervt er. Jetzt habe ich hier so ein Anzeigefenster. So, weg damit jetzt. Also, hier. Alter, den Lehrerpult. Da mache ich einmal einen rechts, einen links. Bam, bam, bam. Warte, zeig mal. Ist der schwer kaputt zu machen? Nö, ging voll easy. Warte mal, ich gucke gerade mal. Was ist, wenn wir den ganzen kompletten Klassenraum geleert haben? Hm, gute Frage. Fühlt sich... Ach so, die Sachen gehen auch weg, wenn du sie auch kaputt machst. Ja, ja, das ist echt gut, ne? Ja, was hast du für eine Stärke? Die steht über deinem Kopf. Ja, ich habe 6 und 5. Sie haben nur ein bisschen Stärke gekauft eben von den 10.000. Ah, okay, ja, okay. So, die Mülleimer noch einmal ganz kurz hier. Ja. Oh, haben wir noch was vergessen? Die Tafel, die Tafel fehlte. Ach, geht auch noch? Oha. Hier, und die Uhr geht nämlich auch. Und die Fenster auch, oder? Ja, Uhr. Ich mache gerade die Uhr kaputt. Okay, die Fenster gehen, aber jetzt war das Letzte. Oh, jetzt haben wir komplett leer gemacht. Okay, warte mal, verkauf mal ganz kurz. Genau, ich auch. Du siehst auch, links sind noch so Missions, ne? Alter, ich glaube, das ist gar nicht Geld. Ich kaufe mir gerade mal ein neues Ei jetzt hier für 200 Dollar. So, ich öffne jetzt mal ganz kurz. Oh, was habe ich bekommen? Was kriege ich, was kriege ich, was kriege ich? Och, eine Katze nochmal. Ultra Rare! Was? Das kann ich nicht glauben. Epic! 18%-ige Chance. Ich habe Epic bekommen. Ich kriege direkt Ultra Rare. Epic habe ich auch auf 18%. Epic hier, sehr gut. Okay, komm. Okay, warte mal. Man kann doch auch bei seinen Tieren. Man kann drei Tiere, kann man glaube ich, machen. Ja, 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 okay. Okay, jetzt müsste ich ja... Oh mein Gott, ich habe 94 Stärke. Alter, warte mal, der will hier richtig krass traden mit mir. Wieso? Warte mal, hat der jetzt mit mir das gerade getradet? Trade failed. Ah, der wollte mit mir... Alter, der hat ihm 5000 Stärke pro Sekunde gegeben. Was? Das ist, was er mit mir traden wollte. Oh, guck mal, warte mal, wir haben links zwei Jobs. Ja, so Missions, Missions, Missions. Also, da müssen wir auf jeden Fall so Sachen kaputt machen. Okay, ich muss hier... Ja, genau, ich muss die Wasserdinger kaputt machen. Ja, ich auch. Zwei Stück, zwei Stück. Hier vorne noch so ein Wasserdinger. Oh mein Gott, die kosten Klassenraum 5000 auf die Kaffetieriger hier. 5000, ich sehe es gerade, alt, das ist teuer. Hier, die Bank Mario noch mal kaputt hier. Und hier auch 1000, sowas, Waschraum. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz in den Waschraum. Ich mache jetzt mal ganz kurz frei. Mach mal, hast du schon gekauft? Da muss man locker richtig viel bekommen oder sowas, ne? So, ja, warte mal, 1000. Mal gucken. Alter. Mal gucken, wie wir alles kaputt machen können. Ich weiß auch, und hier die ganzen Toiletten. Ja, ich würde es nicht mit ihm machen. Der lehnt das immer ab. Also, ich würde hier auf jeden Fall die Toiletten auch kaputt machen. Das bringt ja richtig was. Mal meinen, ein goldenes Ding ins goldener Spiegel. Ein goldener Spiegel? Da würde ich mitmachen. Da würde ich mithelfen. Hier, hier. Du hast es abgesahnt hier. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber was für abgesahnt. So, guck mal, jetzt war ich auch gerade noch ein bisschen kaputt. Okay, okay, hier. Du musst die Toiletten kaputt machen. Ich sage dir, das lohnt sich. Ja, ich mache... Okay, ich komme mal bei den Toiletten. Brauchst du lohnt sich ehrlich? Ja, das lohnt sich. Ich muss schon ein paar Mal klicken. Ja, stimmt. Doch, hast du schon recht. Hast du schon recht. Okay. So. Ich brauche hier noch ein bisschen mehr Stärke, sehe ich gerade. Ich auch. Ich muss auf jeden Fall wieder ein bisschen was verkaufen gleich. Ja, ja, ja. Und es geht halt auch... Ah, okay, wir müssen... Du kannst halt auch für 4.000 dir so ein Legendary-Ei kaufen. Das wäre auch krass, glaube ich. Oha, warte mal. Ich gehe jetzt mal verkaufen. Oh, ich habe 20.000. Ich habe 7.000, glaube ich. Okay, ich kaufe mir jetzt für 5.000 so ein Ei. Bitte, bitte was Heftiges. Stärke, ich kaufe. Och, nöhn Schwein. Ich mache und diesmal bitte was Zeltenes, bitte. Ich öffne auch mal. Bitte, bitte was Heftiges. Nur eine Ratte. Ey, ich habe nur doof bekommen. Ich habe die zwei Schlechtesten bekommen, ey. Das kann ich angehen. Monkey. Ah, den habe ich auch, den habe ich auch, okay. Wie viel Geld hast du denn da, sag mal? Wie oft kaufst du dir da? Jetzt habe ich keins mehr. Okay, ich habe auch 50 Dollar. Ich gucke mal ganz kurz. Also, welche sind denn besser? Zebra? Alter, jetzt geht es richtig schnell, die Sachen hier kaputt zu machen, lol. Okay, hier das noch. Sehr schön. Okay, hier haben wir die besten Sachen gequippt. Also, ich muss... Oh, der Klassenraum. Du kannst die wieder neu kaputt machen. Sehr gut. Ehrlich? Aber guck mal, der kostet ja nur 100 Dollar. Kriegt man ja kaum was. Kriegt man kaum was. Ich gehe jetzt mal in die Cafeteria. Kostet 5.000 Dollar. Hast du dir Geld gekauft für Robat? Nee, nee, ich habe gerade eben 20.000 bekommen. Wofür das denn? Ich habe alles kaputt gemacht hier. Was? Oh mein Gott, okay. Also, das ist auf jeden Fall... Das dauert ein bisschen, bis die Dinger hier kaputt gehen. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Stärke gleich kaufen. So, zack. Ach, lol, die Monkeys, hä? Warte mal, das glaube ich jetzt nicht. So, was hast du? Lol! Du kannst mehrere Sachen gleichzeitig kaputt machen. Du musst da nur draufklicken. Deine Tiere machen das für dich kaputt. Alter, ich sehe es gerade. Oh mein Gott, wir sind ja mal mega lost. Alter, jetzt kann man ja viel krasser collecten. Und auch viel schneller. Alter. Ja, den schicke ich da drauf. Oh mein Gott, den schicke ich auch da drauf. Ey, die machen ja voll schnell kaputt. Das geht richtig, richtig schnell. Ach man, lol. Hier, die Bänke. Alter, jetzt ist ja richtig krass. Oh mein Gott, jetzt ist ja übertrieben heftig. Ja, und die auch. Sehr schön. Okay, ich muss verkaufen. Ich habe... Okay, pass auf. Ich mache jetzt noch ein bisschen mehr Stärke jetzt hier. So, zack. Jetzt machen wir... Ach, da muss man zusammen wieder machen, oder was? Anscheinend. So, okay. Ich muss jetzt... Okay, ich glaube, Cafeteria war schon nicht schlecht. Ey, das ist doch richtig krass. Wie viel Geld hast du jetzt gerade? Äh, 3000. 3000, immer noch. Krass. Okay, das ist schon heftig. So, jetzt mache ich mal die komplette Cafeteria kaputt hier. So. Hier, den Müll. Oh mein Gott, wir hauen jetzt alle auf diesen Tisch. Ich sage dir, ich sage dir richtig, richtig krass hier. Alter. Und ich verkaufe jetzt mal hier und zack, verkaufen. Ey, hier ist auch jemand drin. Der haut, äh, der klaut mir die, die Tische. Ich glaube, ich kaufe mir hier nochmal ein Upgrade. So. Was, mein Rucksack ist schon wieder voll? Voll? Ja. Wie hast du denn so schnell voll bekommen? Hier, Cafeteria. Ähm. Geh, warte mal. Ich kaufe jetzt mal ganz kurz ein paar Eier. Ich möchte jetzt die heftigsten Tiere haben. Was kostet denn, was kostet die Cafeteria? Ja, ja, Monkey. Kostet die 5000 oder wie teuer ist die? Ja, die kostet 5000 Dollar. Okay. Okay, gut zu wissen. Das habe ich. Sehr schön. Ach man, ich kicke ja nur doofe Sachen in den Eiern drin. Drei Bänke machen wir ja. Mache ich auch kurz fertig. Hier habe ich zwei Toiletten. Ich habe vielleicht die doofen Tiere bekommen. Ja, okay. Jetzt müssen wir hier... Das goldene Waschbecken, lol. Okay, sehr gut. Dann schicke ich hier die drei Jungen auf. Ich kann alle Tiere kombinieren. Was? Wie geht denn das? Kannst du die doch so leveln, up-leveln oder was? So verbessern? Ach gut. Ach nee, man braucht dafür fünf Stück von einem Tier. Ah. Okay, das ist gut. Ey, der hat so einen goldenen Tiger. Ich will den auch... Ich habe einen Fuchs. Was? Ist das rare oder was ist das für einen? Ich glaube, der ist rare, ja. Okay, gut zu wissen. Hier, das goldene Ding. Und zack. Bam. Sehr schön. Okay, okay, okay. Dann, ich muss jetzt hier wieder, glaube ich, zur Cafeteria oder sowas gehen. 50 Schaden mache ich pro Dings jetzt schon, ne? 50? Ja, also ich habe 100 Stärke, aber ich meine, so 50 kriegen die abgezogen. Richtig krass. Das ist natürlich schon ordentlich jetzt gerade. Ich gehe mal hier in den Waschraum ein bisschen aufmöbeln. Nee, da ist schon jemand. Ach, das ist du. Da bin ich. Sag mal, das ist jetzt jemand gesteckt gerade. Boah, Cafeteria ist gerade wieder alles nachgedingend, nachgespawnt. Ja, ich muss mir die auch gleich mal kaufen, die Cafeteria. Und schnell ist das voll das krasse Ding. Das ist übertrieben heftig. Okay, warte mal. Wir machen auch gerade hier diese Dinger kaputt. Okay, komm. Warte mal, was haben wir denn? Oh mein Gott, ich muss gleich meinen Rucksack upgraden, ne? Ich habe nämlich, der ist so schnell voll. Ich habe 26.000. Wo ist denn die Cafeteria? So, alle auf das hier. Und zack, und zack, und zack. Okay, wir können noch einen krasseren Raum kaufen als die Cafeteria. Oh mein Gott, wenn ich 65 Items collected habe, kriege ich 16.000 Dollar. Was? Als Aufgabe. Das ist krass. Das ist krass. Hier, wie lange braucht das hier? Alter, das braucht jetzt ja mal mega lang, bis der das kaputt gemacht hat hier. Ja, ja. Aber ich kann auch eine Stärke mega krass lang, mega schnell jetzt upgraden gleich. So, ich habe jetzt... 22.000, ne? Ich habe meine Stärke noch ein bisschen besser. Boah, die nächste kostet 32.000 für die Stärke. Ich kaufe nochmal ganz kurz ein Ei. Vielleicht habe ich nochmal ein bisschen Glück jetzt hier. Bitte! Och, nur eine Ratte. Ja, weil du auch eine Ratte bist. Gar nicht. Natürlich. Noch ein Fuchs dafür, dass du zu mir warst. Ich verkaufe nochmal. Und jetzt habe ich 31.000 und jetzt komme ich mir nochmal die Stärke. 32.000 kostet die nächste Stärke. Ja, ja, das ist richtig teuer. Ich sage es dir. So, komm, Ei und... Bitte was hältst, bitte was hältst, bitte was hältst und... Och, eine Ratte. Ich hau dir jetzt gerade auf jedes mögliche Ding hier rauf, dass sie alles collecten, dass ich gleich 35 Items collectet habe. Das ist voll schlau von mir. Hm, sehr gut. Okay, und das Schwein. Ach, Mann, oh. Oh mein Gott, ich collecte gerade so viele Items, ne? Ich kriege gleich 16.000 Dollar geschenkt. Ey, warte mal. Ich mache jetzt, glaube ich, nochmal ganz kurz hier die Sachen kaputt. So, und dass ich mir nochmal ein Ei kaufen kann. Das wäre sehr gut. Ja, ich gehe jetzt in die Cafeteria. Ich mache jetzt hier schon mal ein bisschen was. Hm, ich bin ja auch gerade in der Cafeteria. Willst du mir ja abgucken, oder was? Ne, ne. Wie, ein bisschen ehrlich, stimmt. Ich bin schon voll lange in der Cafeteria. Ja, so. Okay, tut mir leid. Ich wollte es ja nur mal sagen, ne? Mir kriegst du anscheinend nicht mal mit hier. Ja, oh, ich habe 16.000 Dollar bekommen. Oh mein Gott. Oha. Alle kombinieren, geht das? Ne, du brauchst von Dingern fünf Stück. Ich werde jetzt mal, pass auf, ich werde jetzt mal ein bisschen ein Eye-Opening machen. Ja, habe ich auch gerade gesagt. So, hier. Können wir uns auch drei auf einmal kaufen? Ratte. Ja, kommt unten auch. Ja, Ratte. Ne, das kostet 500 Robux, wenn man alle auf einmal holt. Ah, okay, okay. Warte mal, ich kann das Ratte kombinieren. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt hier auf meinen Tier gehe. Ruhig, wenn ich die Sachen jetzt kaputt mache hier. Ich habe jetzt eine Shiny-Ratte, aber die ist voll schlecht. Alter, die machen jetzt meine ganzen Dinger, machen jetzt schon alleine komplett alles richtig schnell kaputt. Ja, ich sage es doch. Und dafür gab es 1400 Dollar, gab es dafür schon direkt. Warte mal, oh mein Gott, das ist auch ein Eye für 400 Robux. Wie? Oh mein Gott, kauf dir das mal. Kauf dir das mal. Okay, ich kauf mir das jetzt mal für 400 Robux das Eye. Das ist, oh mein Gott, was ist denn das? Ich verkauf hier nochmal kurz. Oh mein Gott, ein Frostburn-Ei. Was? Wie verspricht der? Wie viel Multipliert der? Alter. Zeig mal. Oh mein Gott. Wie sieht der aus? Oh mein Gott. Wieso? Ich sehe den gar nicht. Pass auf, guck jetzt mal auf meine Stärke. Okay. Drei, zwei, eins. Wow! 40 Millionen! Alter! Alter, okay, das ist krank. Das ist richtig krank. Das ist ein unnormales Eye jetzt hier. Okay, komm Broxo, ich würde sagen, du hast hier auf jeden Fall das krasseste Tier jetzt am Start. Ja. Damit kannst du die konkrete Schule in alle Einzelteile zerlegen. Guck mal, ich kann wirklich alles hier kaputt machen mit einem Schlag. Ja. Ja. Um Gottes Willen. Also, da packe ich ein, Broxo. Ich gehe nach Hause. Wir haben hier genug Schaden gemacht. Bis zum nächsten Mal. Caspar, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Alter, Caspar. Ich habe mal zwei Training Speed bekommen. Ich auch. Ich habe mal zwei Rage Boost. Okay, und pass auf, was das Ding ist. Wir müssen erst mal ein bisschen trainieren, damit wir quasi... Oh, jetzt verstehe ich das. Ja, genau. Okay, okay, okay. Also, warte mal, warte mal. Ich brauche noch... Ich habe nicht genug Rage. Hä? Ja, wir müssen uns, ich weiß, ich habe gerade gesehen, wir müssen hier vorne hingehen zu diesem Kristall. Dann kriegst du, glaube ich, da so ein bisschen Aggression oder sowas. Hier, oder was? Ja. Ah, hier kriegt man das. Stimmt. Oh, der Pferd, der blöde Kristall. Der blöde Kristall. Okay, beim nächsten Mal war ich schon... Okay, ich muss sozusagen Rage hier holen und dann muss ich sozusagen üben da hinten am Dings und dann die Kisten kaputt machen, oder was? Genau, genau, genau. Und ist in den Boxen auch was drin oder so? Das, äh... Das gucke ich mir jetzt an, weil ich habe jetzt da drei Power. Das mache ich, glaube ich, drei. Ja, ich mache jetzt drei auf einmal, das heißt, die Box geht jetzt viel schneller kaputt. Sehr, sehr schön. Guck mal, hier, siehst du das? Und du hättest jetzt die ganze Zeit rumgeschlagen an der Box. Oh, mein Gott. Und BAM! Und, oh, sechs Rage bekommen. Ich habe ein Rage bekommen, wieso auch immer. Warte mal, ich brauche mehr Rage, oder? Ja, du brauchst echt mehr Rage, dass du quasi ausrastest oder so. Ja, ich überlege gerade eine Sache und vielleicht könnte ich hier vielleicht... Hier, was kann man hier Rage kaufen? Aber das Ding ist, wir können uns auch noch Haustiere kaufen, ne? Das würden wir auch nicht vergessen. Ja, das stimmt natürlich. Soll ich dir mal was zeigen? Soll ich dir mal was zeigen? Was denn? Siehst du mich, wie ich jetzt hier hinten an das Box-Ding gehe? Ja. Und jetzt, pass auf, guck mal, wie oft ich jetzt hier drücken kann. Wieso? Bam, bam, bam. Ich trainiere, ich bin gut. Hä? Ich trainiere, ich bin wütend. Hä? Guck mal, wie oft ich hier dran schlagen kann. Wieso kannst du aber so oft dran schlagen? Ich kann nur einmal. Weil ich einfach übel zu viel trainiert habe mittlerweile. Du hast dir das doch gekauft. Was habe ich mir gekauft? Rage. So. Ich habe mir Rage gekauft, ja? 100 Stück. Oh, ich sehe es gerade. Und guck mal, jetzt kann ich hier so einen Karton. Guck mal, den mache ich mit drei Tritten kaputt. Ja, toll. Jetzt habe ich mir auch einen Rage gekauft. Oh mein Gott, es geht so gut jetzt. Sagt das doch, ich habe das auch gemacht. Okay. Du brauchst halt ein bisschen die kleine Finanzspitze am Anfang, sonst geht hier gar nichts. Ja, gut, dann haue ich ein bisschen drauf. Aber das Ding ist, wir haben hier vorne. Ja. Können wir uns auch noch so Haustiere kaufen? Guck mal, das ist auch so ein Event und so. Siehst du das? Ja, das Event sieht echt krass aus. Kann man so ein Event machen? Oder das Haustier wollte ich mir jetzt da gerade kaufen. Man kann es, glaube ich, hier, nämlich nicht bei dem Ei. Ja, für, ah, toll, für 250 Rage. 250 Rage, die habe ich ja gefühlt fast schon. Okay, pass auf. Ich gehe mal lieber mit hier. Ja, ja, okay. So, guck mal, da kannst du noch einen Workout machen, 100 Stück. Ich kaufe jetzt gerade mal ein Austier, ich habe einen Polizeimann, der ist selten. Hast du eine Rage gekauft schon wieder für 50 Robux? Ja. Einmal nur für meine Austiere. Okay. Und guck mal, ich kaufe noch einen Rest, Doktor. So, also ich muss noch ein bisschen mehr Rage sammeln. Ich habe noch einen. Okay, dann wird das hier nicht so. Und der ist normal. Och, Manu. Und, bam. Also, ich mache es auf dem traditionellen Weg und werde hier einfach nicht so viel Robux ausgeben wie du, ne? Mache ich auch nicht. Ey, der ist voll selten, der Polizist. Guck doch mal. Ja, ich weiß, dass er selten ist. Hä, das hast du gar nicht gesagt. Doch, aber doch gesagt, dass er selten ist. Der Polizist, der bringt mir einfach mal 1,75 Rage. Oh, was? Die bringen dir dann mehr Rage, oder was? Genau. Da muss ich doch mir auch einfach mal nochmal ein Rage-Pack kaufen. So, ist halt wie es ist. Kaufe ich mir. Ja. Ich gehe hin, ich kaufe jetzt nochmal ein. ein Haustier zu kaufen, weil ich bin mit dem einen Haustier nicht wirklich so zufrieden. Aber ich weiß nicht, ob es so schlau ist. Ich kaufe mir jetzt erstmal eins. Und? Ja? Och, den Polizist. Als ob du den auch bekommen hast. Sehr schön. Und als nächstes bekommen ich? Noch ein. Nochmal den Polizist. Ich glaube nicht. Und ich kaufe mir noch ein Haustier. Und ich bekomme? Ich kaufe jetzt auch nochmal ein Haustier. Aber ich möchte jetzt was Gutes bekommen, bitte. Will ich nicht. Ich will ein anderes. Oh, episch eine Drohne. Was? Okay. Die Engine Jerry! Also, das glaube ich ja jetzt nicht. Der seltenste. Ich habe den seltensten. Doch nicht den fast mit 2,5% Chance. Oh, ich glaube es ja nicht. Okay, ich ziehe jetzt auch nochmal ganz kurz was. Mal gucken, was ziehe ich jetzt? Okay, 2,7. Och nö, schon wieder diesen Bob der Baumeister. Alter, der bringt mir so viel. Oh mein Gott. Okay, pass auf, pass auf. Ich muss dich, glaube ich, nochmal üben hier. Ja, ja. Ich glaube, du musst echt nochmal üben. Und so. Oh, habe ich gemacht. Sehr schön. Dann werde ich jetzt mal hier diese Boxen zerstören. Wie lange brauche ich denn dafür? Die Boxen kriegen eigentlich relativ schnell zerstört, muss ich sagen. Ja, aber hier eine Kühlschrank zum Beispiel brauche ich über lange. Aber ich bin gespannt, wie viel Rage ich jetzt gleich bekomme. Auf jeden Fall immer ein bisschen. Lass uns mal zum Event gehen. Vielleicht gibt es nochmal extra Rage. Ja, auf jeden Fall, lass uns mal zum Event gehen. Du hast recht. Okay, warte mal, lass mal kurz kaputt machen hier. Und. Boom. Oh, ich habe 600 Rage bekommen dafür. Ich habe 300 Rage bekommen. Okay, das Event sieht schon cool aus irgendwie. Krass aus. Ja, dann lass mal reingehen. Die haben wir auch so einen Lama und so. Wow. Boah. Hä? Hä? Die sollen die Lamas kaputt machen. Alter, da brauchen wir ja. Und die Geschenke. Aber. Ey, die sind voll groß. Ich bin ja viel zu schwach. Ich bin auch davon noch viel zu schwach. Warte mal, kann man sich auch neben Rage, warte mal, kann man sich auch Power kaufen? Nee, ne? Ich weiß gar nicht. Aber du kannst dir für Robux für 10 Minuten doppelte Punch Speed holen. Doppeltes Rage. Aber voll teuer. Ich habe es aktiviert, ich hatte das noch. Doppeltes Rage habe ich jetzt aktiviert. Wie aktiviert? Ja, du musst mal. Hä? Geh mal auf deinen Shop und dann kannst du da so doppeltes Rage aktivieren. Kann ich gar nicht. Ich hatte das gezogen aus dieser Kiste aus Daily Reward. Hatt ich das gezogen. Doppelte Rage. Ja, aber wo denn? Ich muss, also pass auf, du siehst ja bei dem Store, du musst auf den Wecker gehen. Unten im Store auf den Wecker. Ja. Und dann siehst du ja sozusagen diese vier Sachen und dann musst du irgendwo eine Eins stehen haben. Stimmt, Traininggeschwindigkeit. Ah, dann ist das das, was du. Ich habe nämlich Rage gezogen. Doppelt Rage. Oha, das ist voll gut. Das ist echt selten dann, ne? Stimmt. Hier. Aber, ja, ich gehe halt eben nicht. Also, ich werde jetzt direkt mal wieder ans Trainieren gehen. Ich habe nämlich einfach mal so 2700 Rage über. Und damit werde ich jetzt erstmal... Also, ich habe gerade 9000 Rage. Wie hast du denn 9... Hast du dir das... Du hast es gekauft. Ich habe es für mich gekauft. Natürlich hast du es gekauft. Ich habe es für mich gekauft. Wieso hast du jetzt auf einmal 9000 Rage... Ich habe gerade ein Geschenk kaputt gemacht da in der Welt. Ja, genau. Wirklich. Mein Opa ist der Weihnachtsmann. Das hast du natürlich nicht. Du lügst doch. Das ist doch gar nicht. Du lügst doch. Kannst du nachher sehen. Ich gucke mir das an nachher. Wo habe ich hier nachher... Boah, Alter. Ich schlacke die ganze Zeit. 40 Damage mache ich jetzt schon hier. Bam, 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 bam. Ich schlacke wie ein Weltmeister. Ich auch. Ich kriege hier so viel Rage. Du solltest mich mal sehen, wie ich hier gerade rumschlage. Boah, der steht hier wie ein Weltmeister. Der macht hier One-Hit alles. Wer? Hier ist so ein Typ gerade einmal vorbeigekommen. Der war voll aggressiv. Jetzt geht er wieder ins Event rein. Bam. Was auch immer. Bam. Der hat Probleme gehabt. Ich glaube, man muss in dieses Event reingehen. Da kriegt man viel, viel mehr Rage. Ja, glaube ich auch. Du musst da jetzt auch noch mal reingehen. Ich werde jetzt noch ein letztes Mal trainieren und dann gehe ich ins Event rein. Ich gehe jetzt ins Event rein, weil da habe ich gerade so viel Rage bekommen. Ach, hast du echt 9000 bekommen? Oder was? Für ein Geschenk? Das wäre ein Scherz gewesen. Für mich war ein großes Geschenk. Du kommst für einmal 9000 aus dem Nichts, Alter. Von Unfair. Hast du nichts da kaputt gemacht bei meinem Event? Nein, nein, nein. Du bist ja blöd. Ja, du. Was wolltest du? Ich weiß, das dauert voll lange. Das Ding ist, die Beine bringen mir halt wenig. Was hast du für eine Power gerade? Wie stark bist du gerade? 65. Boah, ich habe das 16.000 Rage bekommen für das Geschenk. Spaß! Ich muss sofort rein. Ja! Ich muss sofort rein. So, ich haue jetzt hier die ganze Zeit gegen. Und 60er. Okay, sehr schön. Und raus hier. So, ich gehe mal ganz kurz ins Festival rein. So, und ich gehe jetzt schnell zurück, damit ich die Geschenke noch schon... Oh! Hä, ich habe da für nur 800 bekommen? Ja. Also manche Geschenke kriegt man mehr, für manche weniger. Ja, okay. Das ist vielleicht auch so eine Glückssache. Oh, da kann man auch work outen. Sehr gut. Oh, stimmt. Sehr gut. So, das hier mache ich jetzt kaputt. So, bam. Bam, einer rechts. Einer links. Ja, ich meine auch... Einer rechts. Alter, wie das ich noch hier... Mal gucken, wie viel ich für dieses kleine Geschenke jetzt hier bekomme, ne? Ich mache hier drei Geschenke auf einmal kaputt jetzt. Ist dir das klar? Boah, 8.500 Rage. Und wie viel Rage bekomme ich jetzt? 30.000 Rage! Was? Oh, mein Gott. Ja, weil ich diesen doppelten Boost habe, glaube ich. Nee, weil du doppelt Rage hast. Doppelt Rage. Und direkt das nächste Rage bekomme ich hier. Also hier muss ich wirklich gar nichts mehr machen. Alter, jetzt ist Rage gefahren. Gut, dass du mir das gesagt hast. Kein Problem. Und nochmal 24.000 Rage. Das ist ja mal ganz entspannt. Ich habe jetzt gleich heftige Power. So. Okay, wir brauchen 500 Power auf jeden Fall, um in die nächste Welt zu kommen, ne? Alter, jetzt mache ich die Geschenke richtig heftig schnell weg, ne? Okay, sehr schön. Ich glaube, ich sollte auch mal hier vorne... Mit zwei Schlägen, ich kriege 8.000 Rage. Was? Okay, ja, das geht ja richtig flott an. So, du hast ja doppeltes Training, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, ich habe doppeltes Training. Und du hast doppelt Rage. Okay, das ist halt mal krass. Dann gucken wir, was besser ist. Oh, jetzt kriege ich hier schon 8. Ich kriege 8 Power. Ich habe 70.000 Rage, ne? Lol, ja, hatte ich auch gerade. Bam, 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 bam. Ich bin einer Box viel schneller als meiner, wieso Boxe einer viel schneller? Ja, ich bin einfach doppelte Geschwindigkeit. Ach, doppelte Geschwindigkeit. Und ich bin der Rang hoch, ne? Wo sieht man den Rang? Ich bin jetzt Beginner. Ach, schon unten. Beginner, okay, bin ich auch. Ich habe den Wald freigeschaltet. Achso, lol, den man eigentlich hätte verkaufen müssen, oder was? Anscheinend. Nee, ach, ich kriegst du bei 500 Power. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, okay. Ja, ja, gut, bin ich auch jetzt. So, bin ich auch. Und, ja, habe ich auch freigeschaltet. Sehr schön. Als ob man da mehr Rage bekommt im Wald als hier. Jetzt bin ich vergespannt, wie lange ich brauche für die Geschenke. Ja, ich brauche die... Warnit! Ja, ich mache die auch Warnit. Alter, jetzt ist das ganz verboten. Ja, jetzt ist es ganz heftig, ne? 20.000 Rage gab es hier gerade raus. Sehr schön. Ich habe jetzt gerade 120.000 Rage. Ja, ich auch. So, 120. Aber ich muss wieder boxen jetzt. 140. Alter, das geht so schnell. Alter, ich kriege auch gerade so viel, ne? 190. Alter, ich kriege jetzt so viel Rage gerade, ne? Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja nicht mehr schön, ist das. Nee, das ist echt nicht mehr schön. Bam! Aber weißt du, was ich jetzt machen werde? Was denn? Ich gehe jetzt trotzdem in den Waldbereich, weil du hast ja auch neue Haustiere. Ah, das ist natürlich schon schlau da zu ziehen, ne? Aber ich nehme, ich sage mal so, solange ich den Booster hier gerade noch habe, sollte ich das mit dem Rage mitnehmen. Weißt du, wie viel Rage ich habe? Wie viel? Fast 500.000. Boah! Ey, ich sag's dir, ich bin so bieten! Oh mein Gott, man kann sich hier ein Event-Ei holen, Idioten. Oh nein, was? Wo kann man sich das holen? Hier eine Ecke. Für 50.000 Rage kostet ein Ei. Oh, das ist ja gar nichts, Alter. Das habe ich ja 50 Minuten verdient. Och nein, ich habe so ein Festival normales Ei bekommen. Da hinten, sagst du. Boah, das bringt mal 7,5. Wir sind so blöd. Okay, okay, sehr gut. 600.000 Rage habe ich, damit sollte ich ja einige Eier kaufen können, ne? So, warte mal, ich muss den hier wegmachen. Ich zieh mal und? Oh, ich glaube, ich habe ein Standard-Ding bekommen gerade, oder? Festival-Katze. Ja, normal, die habe ich auch. Weg mit der, komm, weg mit der. Ich zieh mir nochmal, komm. Ich zieh jetzt auch nochmal. Nächste. Komm, bitte was Heftiges. Epic, ein Clown! Och nö, ich habe es wieder noch normales. 7,15 Chance. Ja! Das ist ja unglaublich. Ja! Ich zieh wieder nochmal. Ich kaufe einfach direkt noch ein paar Mal mehr. Ich habe jetzt ja übel viel. Ja, ich kaufe jetzt auch noch ein paar Mal. Ich glaube, es ist gar nicht mal so blöd. Wenn man da einmal so einiges Haus hat, ist halt heftig. Ja, ich sag's, ich will drei Gute einfach ab. Also, ich zieh nur normal. Also, wirklich. Das ist doch schon wieder unfair, Leute. Ich zieh nur Gutes. Das ist unfair. Epic, nochmal ein Clown. Also, nicht. Das reicht nicht. Einmal mache ich noch, komm. Einmal mache ich für euch noch. Okay. Also, ich equip das Ding. Ah, die normale Katze. Nee, das ist hier. Glücksspiel hat mich verlassen. So, ich equip mir die jetzt erstmal alle. Mach's das. Also, die kann der weg hier. Unequip. Unequip. So. Boah, das bringt schon ganz schön viel, ne? Alter, der bringt mir mal 13, anstelle von mal 2. Ey, ich zieh wieder was normales. Aber wenn ich davon ganz viele habe, kann ich die eigentlich upgraden, ne? Oh Gott. Ich bekomme 250.000 Rage bei einem Geschenk. Legendary. Oh mein Gott, was? Mein. Mal 16. Ich hab eine Million Rage. 1,5 Millionen Rage einfach am Start. Ja, moin. Alter, ich hab jetzt grad... Ich hab gedacht... Oh mein Gott, ich krieg so viel Rage. Was hat er für eine Chance? Der Verstand da gerade. 2,5 Millionen Rage. Alter, der hatte 2,5% Chance. Ich grad gezogen hab. Das seltenste, ne? Das seltenste, glaub ich, oder? Nee, nee, das vorseltenste. Keine, kein vorseltenste. Aber auch schon stark. Sehr, 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 stark. So, ich hab 3 Millionen Rage. Meinst du, was reicht? Ja, das wird reichen. Alter, damit komm ich doch 10. Mal gucken. Müssen wir jetzt 10 Welten weiter. Kann ich jetzt meine Katze schon upgraden, ist jetzt die Frage? Ja, kann ich sogar. Ich hab jetzt eine Evolve-Katze, die bringt mal 11. Also nicht besonders viel mehr. So, pass mal auf, Proxy. Ich würd sagen, wir gehen noch einmal in die nächste Welt, oder was? Ja, genau. Einmal ausstecken mit dir ist. Ja, okay. Ich geh nochmal hin. Teleportieren. Forest. So. Wo kann man teleportieren? Ach da, Forest. Okay. Du kannst nicht, das kostet irgendwie Diamanten, hab ich gerade gesehen. Ach, du musst den laufen. Das ist ja nicht schlimm. Ja, okay, okay. Da vorne, ich seh auch schon das Portal. Mhm. Ich auch, ich auch. Was könnte ich denn überhaupt? Warte mal. Ich könnte mich sogar, Alter, ich könnte mich sogar einfach mal auf Easy schon in die nächste Welt kaufen, weil ich einfach 3,4 Millionen Rage hab. Als Ort. Aber wir sagen, wir gucken uns hier einfach mal den Wald an. Warte, ich glaub, wir sind jetzt auch gerade da hin. Ja, wir können doch einmal von mir aus hier noch so ein, Alter, ich krieg gerade mal 20.000 Rage. Alter. Das ist ja peinlich. 20.000 krieg ich hier nur. Bist du denn schon beim Wald? Ich bin beim Wald gerade schon und bin hier drauf und jetzt erstmal 4. Du bist ja so schnell hingekommen. Ich bin auch beim Wald. Stimmt. Hä? Hä? Das Beste kostet... Ja, komm, ich bin wirklich egal. Also der Wald sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen, ne? Aber ich krieg dir echt voll wenig. Ich würd sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und da hinten gibt's auch nochmal ein nächstes Festival, Rox. Ja, würde ich auch sagen, das machen wir als Team sehr gut. Okay, okay, okay. Lass uns das dann machen. Let's go. Das war's für die Videos gewesen, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Lass gerne ein Like und ein Abo da, wenn es so ist. Checkt die beiden Videos aus und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.